Applaus für die Sieben, beziehungsweise für die Acht und diese Alkoringe Casanova. Sie allesamt müssen nun ein Leiter geben, Sie werden vereidigt für die neue Legislatur 2011-2015. Ja, ich weiss, irgendwie ist alles dramatisch, alles im Arsch, sie rennen ektisch umeinander im Anzug, für was ich glaube, sie wollen noch wichtig tun, stellen irgendwelche Regeln auf, wo sowieso keiner an alle schaut, scheiss doch drauf!